Eine Mitarbeiterin bei Sephora in Paris hat zu mir gesagt, dass ihre Kollegen sie nicht respektieren. Und ich wollte eigentlich nur zu Sephora wegen Charlotte Tilbury und Rare Beauty. Aber natürlich war alles, was ich wollte, ausverkaufen. Und ich wollte die Verkäuferin einfach nur fragen, ob sie von Charlotte Tilbury noch den Liquid Blush und Contour hat. Da dachte ich kurz, sie haben den, aber das war da nicht. Natürlich ist alles ausverkauft. Die Verkäuferin wollte die Kollegin fragen, ob sie den noch haben. Und die Kollegin hat sie nicht angeschaut und ihr nicht geantwortet. Dann hat die Verkäuferin zu mir gesagt, yeah, they don't respect me here. Also auf Deutsch, ja, die respektieren mich nicht. Und ich nur so, girl, bitte, ich will nur ein Blush. Aber dann hat sie Gott sei Dank gesagt, das ist nur Spaß und das ist ihr Humor. Sachte mir nur so, are you sure, girl, is everything okay? Auf jeden Fall waren wir dann beim zweiten Sephora, da war auch alles ausverkauft von Charlotte Tilbury und Rare Beauty. Dann waren wir auch schon beim dritten Sephora, der by the way so schön ist. Da war Blush und Contour von Charlotte Tilbury und Rare Beauty natürlich auch ausverkauft. Ich war so enttäuscht, ich will doch nur Liquid Contour und Blush. Mir würde irgendjemand sagen, wo die noch nicht ausverkauft sind.